In der heutigen Geschichte erzähle ich Ihnen von Ivona Dadic, einer österreichischen Sportlerin bosnischer Herkunft, die in ihrer Karriere große Erfolge erzielt hat. Ivona wurde am 29. Dezember 1993 in Wels, Österreich, geboren und ist zweifache Europameisterin im Siebenkampf. Ivonas Eltern, Nain und Danika Dadic, stammen aus Boguino, Bosnien und Herzegowina. Mit neun Jahren gewann Ivona ihren ersten Wettkampf, beeindruckende Leistungen machten sie weiterhin zu einer prominenten Figur in der Welt der Leichtathletik. 2015 gewann Ivona die Bronze-Medaille bei den Europameisterschaften mit einer beeindruckenden Punktzahl von 6.033 Punkten. Im folgenden Jahr gewann sie in Amsterdam mit 6.408 Punkten eine weitere Bronze-Medaille. Bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London stellte Ivona drei persönliche Bestleistungen im Weitsprung, Speerwürf und 800 Meter auf und belegte den 25. Gesamtrang. Auch im Siebenkampf bei den Weltmeisterschaften 2017 in London belegte Dadic mit einer persönlichen Bestleistung von 6.417 Punkten den sechsten Platz. Im selben Jahr holte Ivona Silber bei den Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften. 2018 gewann sie eine Silber-Medaille bei den Hallen-Weltmeisterschaften in Birmingham und 2021 gewann sie eine Bronze-Medaille bei den Hallen-Europameisterschaften in Thorn. Neben ihren sportlichen Erfolgen engagiert sich Ivona auch leidenschaftlich für die Gemeinschaft. Sie ist eine aktive Unterstützerin der Bewegung Sport für alle, die sich für körperliche Aktivität und einen gesunden Lebensstil bei jungen Menschen einsetzt. Zu diesem Zweck postet Dadic häufig auf seinem Instagram-Konto, um seine Anhänger zu ermutigen und zu motivieren, einen gesünderen Lebensstil zu führen. Sie arbeitet auch eng mit der Initiative Novo Sarajevo zusammen, die junge Menschen aus Bosnien und Herzegowina unterstützt. Ivona ist stolz, Botschafterin ihrer Geburtsstadt Wels und Botschafterin der österreichischen Olympiamannschaft zu sein. Sie ist auch stolz darauf, Botschafterin der Kampagne Zukunftsintegration zu sein, die sich zum Ziel gesetzt hat, Inklusion und Inklusion in Österreich zu fördern. Ivona setzt sich auch aktiv für die Gleichstellung der Geschlechter ein und setzt sich aktiv für die Rechte der Frau ein. Sie glaubt fest an die Kraft der Bildung und arbeitet eng mit der Initiative Girls in Tech zusammen, die darauf abzielt, Technologie und Programmieren bei Mädchen zu fördern. Ivona Dadic ist eine inspirierende Sportlerin, die in ihrer Karriere große Erfolge erzielt hat. Ihr unerschütterliches Engagement für den Sport und ihre Entschlossenheit, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, ist für viele eine Inspiration. Sie ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was ein Athlet durch harte Arbeit, Hingabe und Entschlossenheit erreichen kann. Schreibe in die Kommentare, von wem du die nächste Geschichte hören möchtest. Abonniere den Kanal, hier wird über Sport gesprochen.